an schulze dann hallo handy nicht dass das geht viel was ich habe mir so ein sco-fick geladen wenn du auf galerie gehst ich hab da dieses poster von paul als profil bekommen warte ich wusste mal kurz mit der galerie gehen und das anpassen digga digga ich kann nicht mehr digga woher meine imprenz im menschen paulo hat sich ruhig dieses spiel auch und er sieht so wichtig ich habe nicht gerechnet dass das geht aber es geht einfach du darfst noch mal mein leben hacken all mein geld nehmen ich habe noch nicht auf ablehnen gedrückt scheiße habe ich mich verklickt zappalot noch mal ich wollte auf kopieren gehen wir dann mal auf einfügen gegangen magik war nicht kam ja da ist es ja jetzt sie wird sogar noch besser und mein name dazu anal pharma 69 kann man sie ändern table box öffnen oh mein gott ist einfach wirklich csgo digga fn alason carbon prüfen digga ja und das bringt jetzt ausrüsten ja ich habe ausgerüstet das ist meine erste waffe ich hätte auch eine pistole bekommen können okay geil team deathmatch free for all entschärfen ja ich will einfach mal team deathmatch digga und wie kann ich shop oh jetzt ist die map gestartet ich wollte doch gerade mein ganzes geld in csgo investieren oh ja ja doppelsprung auf nachladen heißt das schussbereich messerwaffe ar also pistole bewegungsbereich schussbereich okay okay terroristen counter terroristen warum bin ich hier nicht doch ich konnte aussuchen nice aber das ist ja übel scheiße okay doppel tipp für springen aber das ziel ist das schießt doch da ist auch ein schießbutton oh fuck hä woher kommt der jetzt warum habe ich überhaupt nen sniper ich wollte keine sniper danke die terroristen gegen die antiterroristen gefließt die headshots den hund aber warum spielen eigentlich terroristen gegen antiterroristen allein dieser name antiterroristen digga mein profil so jeder kann mein profilbild auch einfach sehen ne schick das auf paul auf whatsapp oder hast du ihn nicht ne ne ich hab den nicht aber du ich kann den bild davon schicken ja dann schicken wir das dann schicke ich ihm das ich hab ne fette shotgun digga ui ah hinter mir hinter mir ist der lutscher oh meine mails oh digga ich hab ihn sogar noch weg gepumpt aber er hat mich halt getötet der eine hat die arabische flagge als als ding oh ich hab ein lmg bekommen durch die wand digga doppel kill bitte ich will nicht sterben triple kill josh ich bin der profi der profi wenn du willst können wir anfangen warte ich muss diese runde noch zu ende spielen ha noch net shot es geht noch drei minuten die scheiße digga mitbauen oder also du musst mir erstmal anführer geben aber ich will ohne bauen mitbauen bin ich scheiße ja aber du kannst mir trotzdem anführer geben ja bestimmt kann ich das tun außer paul mit spielt mit dann lässt du ihn mich kicken bitte danke ich hab dich hier kämpfen gesehen du lutscher ha dein magazin war der loser digga es steht 30 zu 32 zu 18 für uns digga ich bin gerade gesprungen er gibt mir mit der spaß mit der spaß digga mit der schöne spaß erst mal einen schönen saftigen headshot digga dass ich so aus dem leben gefeuert werde digga das hast du nicht gesehen headshot double kill digga ich hab neun hp digga oh junge dieser russe digga aber keiner hat so geiles profil wie ich ne doch der eine hat so ein adler der sieht geil aus aber er ist halt nicht so meme lastig wie meins des seins wenn du das mit controller spielst ist das wahrscheinlich übelst das geile spiel digga oh fuck da ist jemand ich hab ne katt ich hab ne ak-47 digga und er gibt mir nen fetten shotgun headshot uiih jetzt hab ich wieder das mg let's go das match geht noch eine minute 30 durch die wand geholt fragt nicht wie ich finde ja mal komplett ja okay ich muss so fett erstmal meine meine einstellung diese also kann ich das winter unter auch machen ja hier settings steuerung wurde doch hier empfindlichkeiten bisschen runter bitte ja ja viel besser jetzt verehme ich auch nicht mehr so die gewann empfindlichkeit war so wie wir nur auf fortleid auf 30 stellen würdest digga noch ein kill auch faktiker hat noch einer gekämpft jene die kämpfen aber auch alle ne weil alle gegner ja okay wir haben wieder 60 kills mit 30 kills mehr als die digga und hier hier was ist ich habe einmal den falschen den headshot gegeben aber ich habe trotzdem drei bekommen junge wieder triple kill 70 zu 35 wieder die doppelte lukas ich glaube ich weiß wie wir fett fuck an zuschauern gewinnen wie denn also wenn du jetzt gerade bist ja eh alleine du kannst ja jetzt gerade nur selbst punkte fahren weil noch kein anderer da ist ne wir spielen einfach immer squads ne also sowieso spielen wir battle royale aber wir machen also eigentlich mache ich immer ohne mails und wir machen aber mit mails und fragen die ob die mitspielen wollen gewonnen terroristen let's go joshi wie waren die terroristen wir haben gewonnen die terroristen haben gewonnen joshi wunderbar dicke bei mir steht einmal dass ich niederländer bin digga je weiter in den niederlande bist ja aber trotzdem dass man dass ich selber entscheiden darf wo man wohnt ne kisten bekommen oder ne das oder ich weiß es nicht ich weiß nicht was habe ich jetzt bekommen ich weiß es nicht auf jeden fall habe ich gewonnen let's go kannst du mir dann admin geben warte warte ich schick dir erstmal hier von meinem profil warte ich geh kurz auf arbeiten und schick erst schick ich dir dann können wir loslegen weil es ist halt einfach zu wild was hältst du eigentlich von dem video was ich geschickt habe auf ziegenbock angelehnt angelehnt was ja ding ich hab dir gestern über whatsapp ja das habe ich schon gesehen ja wie fandst du das schick dir mal ein emoji so das habe ich mir gedacht als du mir das geschickt hast so eigentlich müsste ich dich ja als jp einspeichern ne ah nein fah ding so halte ich auch in meinem strategie spiel das schick ich erstmal paul digga warte ich gebe die gruppen als führer so zum gruppen als führer eigentlich hätte ich gerade fast rausgekickt ne warte mal ich glaube ich weiß welchen sticker du mir schickst warte ich schicke ihn vorher ich habe ihn dir doch schon geschickt weder den oder den nö du hast mir doch gar nichts geschickt gar nichts ja doch das habe ich schon geschickt achso das war gestern ja man kann auch das dazu sagen auf kock auf schlesolf steckstock auf graf draculock dann noch auf ziegen also ich weiß nicht ob du mir gerade zugehört hast eben oder ob du in deinem game vertieft warst ich denke mal eher zweiteres wir spielen ja das hast du schon gehört also wir machen ja jetzt erstmal weil noch kein anderer mitspielt battle royale du kannst ganz in ruhe jetzt punkte fahren eigentlich mache ich ja immer dass wir duo machen aber wir machen jetzt quads und fragen unsere mails auf die und in den stream rein wollen so machen wir die zuschauer weil wer lehnt bitte kosten aus 2800 wie bugs ab so da muss er schon smart sein wenn du das ablehnst wie kriege ich punkte durch kills und durch platzierungen und epischer win aber die wins kannst du halt in kreativ leichter fahren aber kreativ spielen wir halt erst wenn noch ein anderer mitspielt oder du kannst ja nicht gegen mich weil ich spiele ja nicht mit doch 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 du spielst halt extra gut du weißt was ich meine auf diesem team der Hasen ja ich könnte natürlich rein zweiten für dich ja ja oder du kannst mir einfach so sieben millionen punkte geben und sagen ja wir haben ein bisschen off stream gemacht warte 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 was drüber wachsen lässt dann können wir da was sagen also die tabelle kann sich ich kann jetzt richtig laut barri schreien dieser dumme uhr an sonne zeit wie spawnd junge wenn es das wieder auf junge meine oma freut sich wenn sie draußen ist und ich muss das heißt ich muss das aggressiv spielen du kannst auch einfach keine kills machen aber da kriegst du keine punkte ja genau das ist ja ich will ja die wachs ich brauche ja mindestens 500 mindestens 500 v-books hat paul dir schon geantwortet nö kriminell weißt du was ich zu meinem profilbild sage die das war nicht noch besser ich gehöre ich gehöre diese a lijella finde ich ja noch geil vor allem 30 sekunden vorher habe ich diesen auf block kommers spielkanal warte ich bin doch nicht mal drin achso iiii iiii luka mag fortnite und loading da bin ich mal gespannt ob die zwei mitspielen wollen hallo ach wir sind ja in einer party oder doch nicht oder sind wir in einer party ich war gerade leicht überfragt und die reden nicht ja du kann mark halt dann doch kein fortleid links das nächste mal wenn ich mich in einem dings spiel in meinem handy spiel mit namen aus den kinder wach mark froster auch gut die gefährlich sind oder auf ziegenbock oder auf schleswig holsteinbock oder auf kock wir müssen auf jeden fall ein paar gute namen dings ich will mir auf jeden fall irgendwann playstation 2 der account machen ja aber jetzt habe ich keinen bock dann nenne ich mich dann mark froster oder so dinge auf 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 lockt oder kritischer hase nenn ich mich dann unter ab wo er die prime es gibt so viele gute damen aber ich wollte ja eigentlich aggressiv spielen dann lade ich hier nicht wenn sie vielstiger ich bin jetzt schon verlassen digga ja nun kann man fort nein das ist halt noch wenigstens drin ich hab kurz er redet halt nicht und er spielt squads ich verstehe das nicht links zu sein skin ist er kommt eigentlich noch mal rein weil ich finde denn schon anders kann das gar nicht er war doch gerade erst drin ja wann ist gerade erst egal von zwei drei tagen glaubt glaube ich da war ja ultra lange wieder drin vor zwei drei tagen der war jetzt zwei wochen möchte mir vielleicht eine krone gönnen ja so bitte biete biete vielen dank digga ist ehrenmann einfach er hat sie mir wirklich gelegen markier mal schattert slips wenn deine headset kaputt ist oder du keins hast ich bin zu sehr im markt wird mir stinken wenn ich die luca hast du ein mobiles endgerät spring mal wenn du ein mobiltelefon hast spring wenn du ein mobiles endgerät namens handy hast alter tust du mir leid doch hat er doch hat er ok luca wenn du 2800 wie wachs gewinnen willst spring mal dann kommen die whatsapp gruppe ganz einfach ja weil ich stream gerade ein turnier wo du mitspielen könntest wenn du möchtest musste aber nicht ich habe 3d mann über ich kann pushen gehen jetzt wo ich gehe mal ein paket suchen dann macht das auf kirk unter mir unter mir dp zwei leute oh mein gott diesen gut ich dachte aber nein die sind aber richtig scheiße das sind zwar echte spieler die sind dort steht als faktiker die haben nicht ein diesen hunde wasser allerdings das sind so erhust oder so digga jeder eine art fncs backlink digga löchte ich möchte ich den mich beschissen als ich das erste was ich machen wollte da nicht rein geprüft bin es braun wie viele punkte kriegt man eigentlich pro kill so einen punkt pro kill wohl direkt zwei punkte um direkt drei punkte digga wohl aber wenn du mir ein kill stilte das heißt wenn ich ihn wirklich wollte ihn gerade töten ne aber kriegst du die punkte noch ne wenn ich wenn ich dann das mein kill ist das ist mein kill das ist ja echt kriminell siegen trock ich habe ihn bekommen aber frech aber frech digga die keine show ich habe ihn sogar noch ein no scope gegeben damit der helden das war frech das ist mit dem weißt du wie du so ultra punkte farms digga wenn du einfach glück hast und in eine bot lobby kommst also eine ganze bot lobby so 20 oder 30 kills also wir sind doch freunde ich meine ich bin befreundet doch mit diesem visa und nein das zählt nicht nein das zählt nicht man kriegt keinen fall schaden mehr wenn man angeschossen wird keine ahnung kann dir aber auch wieder zu leben ja ja aber man davon abgesehen sind viele leute in android square ich werde einfach nur ein gehen und hoffen das sind ja das wäre so die taktik das ist so die taktik das ist so wie sagt was immer das ist der way to go oder das ist die street das ist eines gegner die welche so abziehen da ist ja jetzt hier wird doch gerade angesagt dass der seilbahn hier war hier soll die gs ich meine seilbahn du von mir wurde gerade angezeigt dass hier einer mit einer seilbahn ist vielleicht benutzt er diesen glück sogar noch die die liegen hier sogar noch der betrug es gibt so ein seilbahn glitch ich weiß aber nicht der hat uns beide so geschickt ich bin objekt brauche ich dachte ich habe mir jetzt gekauft der ärgerlich wird mir stinken wenn ich diese eisgebieten müssen welche sein dass er so betrug wenn da kann ja die werde ich dir abziehen noch man den das toll verschlechtert man kann es nicht nur so oft hintereinander grabben ich weiß zwar echt nicht was du hast aber ich glaube für die ganzen zeiten also wenn hier keine sind ist das auch frech stecken dann ist das nicht mehr auf block oder zieht zwei eisfläche das sind frech ja da ist einer komm her ich will dich klicken und boxen voll habe ich aber mitgenommen das war richtig ja und da eines schwarzer superhelden skin digga ich krieg so einen giraffenhals ich tue jemanden ich denke so vielleicht sind die wollten auf einmal kommen nach vier superhelden skins aus dem scheiß gesorgt ausgerannt ich weiß nicht wie schnell ich dieses drei über der hände genommen habe digga du weißt nicht jürgen ich habe einen huhn überfahren digga ich habe einen huhn angefahren also vier punkte hast du schon safe jetzt muss man auch der epische win werden wie viel kriegt man für epische win bitte sagen wir einfach 5 ja oh mein gott warum war es eigentlich so klar wenn man pro kill nur einen kriegt das weil im wund 5 kriegst dann lohnt sich eigentlich gar nicht um willst du gehen wenn du gut bist nicht so wie ich aber wenn du so ein überschreit bist und einfach alle bauten mit der pankern weg leser dann lohnt sich wenn du enden square landes sinken sollst du dann einfach direkt nächste runde gehst jünger was ich ja meist lohnen wenn du die box einfach mit der panker laser so mit der pankern vor allem ich habe nichts mehr aber mitsche kiste auf lockt ich höre die ganze map bricht halt wirklich auf ne boah würde ich das fühlen wenn die scheiß map nach zwei season schon kaputt geht das würde ich der map schon irgendwie gönnen guck mal hier guck mal ich habe diese dings smg bekommen wo wenn ich nachlade sich so nach vorne springen die lag ja warum auf ziegenpock hier müssen noch safe noch welche seite ich die stehlen kann ja aber was ist denn das 37 leute die auf call of duty du fährst durch die map junger da sind autos auch noch voll gut aber okay aber dings zu hast hier obwohl du im wort und kein moment hast digga ist das hier irgendwie voll irgendwie mit viel zu groß 100 spieler hier solltest auch 150 geben das ist so frech ich hatte gerade da vorne ist ein schreien digga war ich die ganze selder gezockt habe hier ist ein event gespawnt nö hier gibt es jetzt auch eine seilbahn bei der zitadelle als ob naja dings habe ich auch gerade das sind mir gedacht vielleicht sind daher noch welche die man sich sehen könnte ja jetzt erstmal geld die seilbahn kann so ruhig über die ganze map verteilen dass wir voll geiles movement so zum api zum pushen eigentlich natürlich die hektische ich dachte kurz die munition aber ne hektisches nachladen also ich will ja nicht sagen ja das ist so frech er kann ich nicht schütze wird aber trotzdem die punkte kriegen wieder das war mit mir ich bin so 500 kilometer und wir sind vier gegner oder so ich weiß nicht ich hab nix zu move in hero sobald ich bei dir kommen safe alle weg das müssen mindestens zwei sein welcher das zwei richtungen angeschossen der eine ist da im wasser ja dann lass mir den der andere ist hier und der ist one shot den wirst du dir eh stehlen auch wenn ich sagen würde wohl den nicht so noch lebt der schießt gegen meine schildblase aber text irgendwie nicht dass das nix bringt 132 auf kopf auf kopf nicht mehr auf block ich habe den anderen bekommen ich habe den anderen bekommen der hatte diese sprint haben wir wenn du schießt dass du sprint ist schneller sprint ist da so chili pump der boss jung was kann die noch mal erweitert beschleunigt die haben oder hat nun kann die jetzt schon ich hab die ja die kann wende worden schauten wenn du die nein nicht die andere die andere die andere die schießt schneller weil so wenn du nach letzter dann letztlich glaube ich generell schneller nach und du kannst auch mit der generell schneller schießen ehrlich ja ok hast recht ich habe damals was ja so dass du schneller gerannt wird die ich würde gerade diesen baum fällen und mit ultra so ein ventilator dran machen dicker da hätte ich schon mal eine apfelbox lieber genommen mit dem mit dem flieger ab will man noch nicht benutzen ich habe das immer noch nicht benutzt der der kannst du dieses die 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 warte da ist dieser stein wir machen kurz windbomben gefüllt aus zelda wir machen zeit und kehrer schien mit diesem ok gg die zeit und kehrer danke du kann stell dich drauf wir warten nicht auf jp doch doch hast du da auch schlüsse gesehen die habe ich mal keine sachen mehr und das macht mich irgendwie traurig das war da hoch der wenn da keiner wenn da nicht dieses wetter sind von gerade eben der dann weiß ich auch nicht oder zum drift aber lasst den lüften mal für später was denn mal für später falls wir musen ich meine dass ich gerade hoch bauen aber allerdings habe auch gerade probiert zu bauen nicht dass wir für die riffs benutzen ja so jetzt decken gesprungen benutzen ja hier oben sind welche natürlich haben die die insel eingenommen ich bin direkt gestorben hat ja sehr gut funktioniert luka luka keine schau wie viele punkte hast du fünf ok sind ja das war wieder klar dass es eine fächse ist ja ich glaube das war so dass die das muss ich schon bevor ich gestorben ach so unten sirenen skin abstand dafür ekelhaft großen abstand zu den menschen aber wie viele punkte haben die anderen auch aus henry 123 lapidar 6 also ein märz du und ja dann haben alle 0 lumi hat einen punkt und aziz 59 das heißt schon eigentlich theoretisch zweiter aber der hat die wahrscheinlich alle inklusive du bist du bist für tag gerade aber es wird davon fünf also von fünf leuten wirst du förter na du kommst morgen ok ja du hast ja noch fünf tage zeit das ist nicht das problem ja aber wie viele die leute die vor mir sind 123 und 59 sind die die mit großem abstand vor das sind der andere hat nur einen punkt mehr ja ok 59 sollte ich noch hinkriegen ja du bist zweiter hat sieht es später heute mit auch der andere damit neunfünfzig der ist gerade im chat aber der sagt er kommt morgen ja ich kann aufholen danke ehrenmann korrekt und der mit hundert und drei punkte damit schreien 123 den schweigen warum höre ich dich jetzt nicht mehr bist du noch da da mit dem sein wlan ist abgekackt ja hat jetzt drei sind wir dann abgekackt oder wieder hat hallo das sind jetzt passiert ich weiß nicht wann ich morgen streamen muss ich gucken also jetzt ja aber kannst du lieben weil ich bin auch rausgegangen ach so weil du warst bald bist erst jetzt gerade in die runde reingejoint bei mir ich weiß schon spotty falsch ich habe der song war einfach nicht da digga und auf einmal das wurden so 79 songs zu lieblingspläne also lieblingssong gemacht egal was für aussie ist die da auch so ich wollte mir drei songs davon anhören digga auf einmal die packen also 70 songs dazu digga wo ich auch dachte ich glaube morgen mache ich ein stream wo man doppelt punkte bekommt kann so einen reich einmal nicht rein lassen bitte das ist also es ist an sich schon als sie das morgen gibt doppelte punkte der tipps gibt dann pro win 10 und ein kill 2 was wo er hat er diese 100 punkte digga woher weil er teller was gespielt und da hat er 20 wins geholt ach so von 30 so wie leute digga da stehen überhaupt angesprochen hat digga das ist ein pc spieler links in im bowl stars sind wir jetzt schon dieses lila 1 im club krieg ne das ist das ist der sechs letzte das ist also sechs vor ende das ist nach diamant ich weiß nicht wie op das ist aber wir sind da auf jeden fall weil ich und oscar das nummer spielen digga ich stehe doch eben schon gesagt ich weiß nicht war nicht morgen streamen muss ich gucken weil ich das jetzt schon am besten so morgens stehe ich so wahrscheinlich um acht wo auch wenn man roma nicht da ist digga dann fresse ich da bin ich noch vier stunden am pennen ja ne bitte dann ich stehe um 12 uhr auf jungen ich stehe um 4 uhr auf den digga komm ein spielkanal ja hallo schon wieder mit trug ich drück auf es fangen wieder abspielen digga und dann macht er das nicht der hund sie glaubt hallo guten tag servus brauchst du wie bugs ich ja ne so okay na alles gut du kannst hast du konkurrent weniger let's go servus kann der andere auch reden also dieser nate sehr klar nate brauchst du wie bugs ok lukas hast noch ein konkurrent weniger machen das geht eine woche und ist wie man jeden tag dann immer so das turnier und man kann punkte sammeln und der gewinner bekommt dann 2k der zweite 500 und der letzte 300 als abo special für die 800 ich frage hätte man nur die mates ob die vielleicht mitspielen wollen oder so erst mal direkt ein free kill von dem bot was gönne ich mir jetzt leider keiner den ich dir abziehen kann ich brauche diesen kill dass man dort ja dann geh halt schlafen tut mir leid dass du am wochenende nicht mal bis 22 uhr wach bleiben kannst du mir willst du wieder mit schocken mit mit auf locken okay entweder war das gerade ein echter spieler oder ist man echt spieler mit einem botiger ich habe gerade von 150 hp auf 7 runter gelasert worden von einem rotpunkt innerhalb von einer sekunde also ich übertreib mich auf euch bin hier ist einer dem ich abziehen kann kann man das auch sind sind sein dicker das land ist ja gut ich werde dir von den kommenden tops genommen muss irgendwie hier wechselt ja ich bin eh scheiße ich bin wahrscheinlich aber du brauchst immer eine gute waldkampf dafür das ist wichtig und richtig falls der jp den wenn du siehst dass der jp in so 500 meter so ein kill holt oh mein gott der idiot hat es nicht gesehen die sind beide an mir gerade vorbei mit der seilbahn die sind die haben den shotgun und ich nicht und ich habe keinen von beiden bekommen ja das ist schon wieder so gut wie die dienstens treut auf mich ich hatte keine kommt dann fast 200 leben macht ihr mir weg ich habe in drei shop das ist wieder kein der sein von low der einigen habe ich auch und schott geschossen der andere sein denn dieses gemäuer da oben ist er ja kann ich die kids von unseren mates kriegen weil der eine scheint echt gut zu sein dass der profi der sweater werde ich immer noch verfolgen nein der schafft das nicht kann ich euch verboten ja irgendwo anders aber irgendwo anders da hinten in diesem wald ja dann gehe ich in den wald entführt wurde ach so apropos calvin war um drei uhr nachts auf der toilette ich habe youtube aufgemacht auf einmal gehen immer zu drei uhr nachts auf die toilette ich denke so ich würde ich vorhin schon nachts aufwachen dann gehe ich um drei uhr nachts auf zum kloten was passiert was will dem jetzt passiert sein der gamemaster war halt um drei uhr nachts in der dusche Lumi wir können auch mitbauen und spielen aber null bauen ist halt leichter ne digga auf gar kein verspielen mitbauen digga dann krieg ich dann krieg ich nicht mal einen kill die bots basieren mich sorry leute aber ich habe wenigstens drei kills geholt ne menschen die bots können reden soll sie bauen dich ein und du hörst auch voll box das ist da kann man nicht bauen ich kann nichts bauen ich kann nichts bauen oh geil dieses greifer dingster bumster dingster äh krieg ich das äh krieg ich das äh krieg ich das äh kann man eigentlich dieses 3d man über und dieses spiderman item gleichzeitig haben der dingster kombinieren mit spider gwen spider gwen ne kann man nicht ärgerlich gerade ich hab gedacht jemio nevi dieses hektische nachladen ist so ein welchen geht es mal das ist mythische munition gibt es das überhaupt noch ja luftikus let's go ich hatte gerade auch hektisches nachladen ich dachte mir so saftig und dann habe ich halt dings gesehen gleiter redeploy hat jemand einen schlüssel jp kann ich ja aber ich brauche die halt das ist halt lebensessenzial kann man sich hier eine goldene mida stromgang kaufen trotzdem nicht verstanden sein ich muss mir an wie chinesisch angehörten hier kann man sich eine epische combat holen goldene mp ohne app die pistole kaufen ich hätte die auf jeden fall nicht das tolle ja die pistole ne gehen dann ja gehen wir mal wieder zurück haben wir nur ich habe auch nichts zu rufen heute ne ich habe auch nichts zu rufen äh no zero ich weiß ob ihr alle kanonien habt 18 schuss ich bin weggelaufen direkt 6 leuchtpistolen schüsse ne ohne slap weg und natürlich krieg ich jetzt genau ich habe ihn halt voll klappt und dann eingebaut da drüben kommt ein weiterer gespieler er kann wieder nur sprayen mit der pump gun ja bin der nach einer für wachs no ich konnte ihn nicht finischen ouch hier sind zwei goofy skins ich glaube die sind nicht gut bei mir mal also bei karte von mir ich denke ich bin dann beide back bling ja ok die sind nicht gut auf jeden fall nicht die haben mich auf einmal gelasert aus dem gar nichts jetzt verstecke ich mich halt in dieser ecke so was wollen die was zu was wollen die tun mach windbomben nate der hat mich wirklich nicht gesehen der hat mich wirklich nicht gesehen sollte das so sein oder wolltest du dich da dran hängen na 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 sollte er nicht auf den stein drauf schmeißen aber aber funktioniert ja 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 ich muss dir helfen kommt digger bei mir sind 30 leute wieder mal ich bin da ich habe alle gegner hier in der nähe gescannt ich habe einen geholt hier von denen ui hallo der echte dankbar und das im mental wo ich es nicht öffnen will ich habe nichts zum healen ne ach du hast den geholt ok gut er hatte minis er hatte mini und 3d manöver ich habe gelasert von hinten ich will das nicht ich habe in der letzten minisekunde noch den mini bedrückt das ist so frech schon wieder wie ich das hier überlebe warum die beginn und minis hallo bei dem manöver möchte auch funktionieren egal nicht die ganze zeit anzeigen digger auf einmal geht man ich habe ein hp ok abu ich sterbe an fallschaden oder auch nicht und ich habe kein wo sind die drei minis die ich hatte wo sind die jetzt schon wieder hin digger ich hab dich aber auch nicht brauchst du welche ja unbedingt äh ja habt ihr zwei gedroppt ja die verfolgen euch ja ach schön ich geh mir grad erstmal mitnehmen wir sind noch fester für den guten für den sweater den überschritt stellen wir kurz der soll einfach das spray markieren können ja aber da sind halt auch fässer jungen die da leben die sind schon wieder so gut ne ich schwöre ich hab für 30 jahre kein fortlein mehr gespielt ne aber drei punkte gemacht jaja waren halt alles drei bots aber ok also war ein zwanziger der eine den anderen habe ich nicht gesehen digger weil ich gerade nicht hingeguckt habe ja wie der eine da so richtig streckig der sniper ne aber ich bin auch so ein dreckiger runden und natürlich trifft er mich auch noch da kommt einer ich hab jetzt schon gefällt mein ganzes schild wieder weg digger der eine pusht mich und ich kann mich nicht zu dran sorry alles gut da vorne digger hinter uns hinter mir meine ich ich bin tot ich bin so tot oder auch nicht bei den minis ich brauche sie sechs stück natürlich funktionieren meine meine 3d manöver wieder mal nicht ne ich hab das ding hier aufgemacht für sächte manchmal ist es segen und flucht zugleich das ist das call of duty anderes das thema denn wenn ich hier ne gas rausgekriegert wäre ich wäre einfach in sieben stumm geblieben wer ist so deutsch digger Dings ich hab Buschkrieger glaub ich warte bitte ja ich hab Buschkrieger 20.000 Euro in diese Insels von Hitchock ich sag's in den nächsten 10 Sekunden kommt irgendein PC spieler der durch Büsche gucken kann weil seine grafik so schlecht eingestellt ist dass sogar minecraft bessere grafik hätte hä digger hä was hat er denn versucht digger hä was hat er versucht Dings er wollte es nicht halten aber er hat halt nicht geriecht dass ich im Busch bin trink davon diesen Saft ein da liegen noch mehr schon die Säfte hier ja ja ah da ist noch einer die haben auch Buschkrieger haut doch ab mach ich auch jetzt ach so ach so ja hab ich gemacht sorry er hat bot ey ey könnt ihr mich bitte reviven die kämpfen gerade gegeneinander ja ja vielleicht wo ist mein L.A.D.D.D.D. da die wissen nicht wo ich bin also da kommt aber aufpassen bei mir sind drei leute oder wenn die weiter nein 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 der kommt zu mir der kommt zu mir der hat mich nicht gesehen doch er hat mich gesehen fuck was ist das im linken Pilzauge was machen ja warte 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 wenn die wechseln ja den holt du den holt du ja gut den hast du da geholt Schuzy ha der ist nochmal auch nicht zurückkehren und ob die Karten kommt ey könnt doch rebooten haben wir die Karte oder ne einen ne einen habt ihr nicht ne einen hab ich angehittet ne pass auf da kommen wir hoch ne der kommt zu dir die kommen alle zu dir dann hol ich dir mal eine Karte wenn die auf mich auf ihn gechiggert sind Henry moin ja man alter nach der unten bin ich auf jeden fall raus man jetzt geht's ja gottloot immer wieder wo kann ich dich holen mach hier mal Henrysburg kommst du mich schon aber es ist wahrscheinlich zu gefährlich dass irgendwer hier aber da ist halt die insel und das wäre halt auch scheiße weil dann mach hier mach hier wo du hast die zwei so flaschen okay ja aber wir nicht ja aber ja keine angeblich ja aber JP ist ja auch scheiß drauf ich werd schon Heilung finden das ist ein Spiderman Ding digga das will ich haben ich wette dass ich als erstes rebooted werde ja wirst du auch digga das wirst du auch nein als erstes kommt der OEE ich kommst doch alleine wieder auf der Anordnung bei mir digga ich bin ganz unten Junge wenn wenn drei Leute tot in der Herze von drei Spielen wieder ersetzt ist das ist so frech ich muss eh mein Fenster zu machen digga bei meiner Markierung da sind nur mehrere ja was habe ich gesagt ja habe ich doch gewusst digga und du würdest es wieder abziehen digga nein ich lass uns bei meiner Markierung das andere so ich gehe warum wolle ich jetzt den Stein abbauen Blut weil du mitzfahren wolltest nimmst du das ding da noch mit ne ich muss mein Fenster zu machen digga ja ich war fenster auf seiner fenster zu machen dicker ausgeführt 20 m entfernung stadt fortmachtiger wenn ich mein fenster zu machen ja von herr wk kars let's go buschkrieger da ist ein busch ding beim reboot werden nicht mehr besucht ich mal ja doppelt hält besser sagt man ja mal deutschland hast du eigentlich die combat genommen so i don't take a combat combat is not good ja besser als gar nichts automatische schon ja oder sollte ich mir jetzt wieder eine automatische 10 dicker aus dem automat ja bei mir sind welche ich weiß nicht ob die echt sind denn ja dann verreck ich jetzt ja die sind echt aber ich bin nicht verreckt noch nicht da hat geklingelt glaube ich schon wieder so ein krimineller boah ich schwöre wenn das welche bei mir machen würden ich würde oben aus dem fenster mein sofa werfen auf die du willst aus deinem fenster springen dinger das erste was du machen würdest ist kann man nicht mal bei diesen drei löser ich hab mir am federfall auf dem schuhl also ich will nicht mehr ich kann nicht mehr ja die kommen halt beide zu mir gerade na es landen jetzt drei leute hinter mir ich mach mal kurz mal musiklaut ich würde eh verreckt noch wenn ich probiere weg zu rennen links wenn du angeschossen würdest mit dem spiderman shooter verlierst du dann auch wieder also scheiße ich bin zu gut für die gegner schlüssel darklion gaming hat mich gestützt sagt ich komme zu euch ich habe mich nicht mehr anschließen die gar nicht bei deiner karte es war der richtig oder nee weil ich ja 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 ist gut ne da hat bergling ja ich habe den kill bekommen sie haben nicht viel gute dinge die vollidioten also sie haben nicht viel bei nicht sie haben ihn nicht viel gute dinge ist egal stehe ich gerade auf dem joshio guckst du mir gerade zu du bist ein baum hochgeklettert du bist feller holz bitte direkt noch an zone einfach you just clapped by jonathan bitte direkt an zone bitte direkt an zone bitte direkt an zone nein er hat es überlebt denn nur wer wer so kommen ja ich stehe nicht ich habe fünf kills die ganze letzte runde okay also hast du jetzt zehn punkte oder soll ich noch warten vielleicht wirst du noch ich glaube nicht dass du noch gebootet wirst okay dann hast du jetzt zehn punkte mein freund impossible challenge willst du das sie jetzt machen digga ich soll kurz impossible challenge machen hat er gesagt er sagt ich will guten man bleibt doch kurz stehen du opfer aber leute das ist ein botnähe ja 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 deine karte obenrunden oben bring we nich mehr kann ich eh nicht ins bruder hier kommt nicht nur hoch nutzt seine dinge oder dieser festungsdinger allein an diesem kann ich etwas sehr ärgerliches entnehmen die kämpfen schon miteinander alltäglich naja du gegen 4 echt also entweder wirst du jetzt zum übers weil du du verkackst halt einfach ganz einfach so ja die haben wir in kalt der war geil der war masslich skorpion Ich habe nur Schritte, Alter. Ich habe den hier, oder? Ja. Ja. Ich habe mich so durchgelegt. mann was habe ich jetzt gedrückt ja also ich bin auf jeden fall in der lobby wunderbar so dann gehen wir in die nächste runde 0 bauen oder mitbauen egal wie sehe ich aus wie sehe ich aus gp gp ja ja wie sehe ich aus als ob ich bauen würde nein also hast du deine frage ob mit bauen oder ohne schimpft links die freunde von meiner oma hat mir drei fette tüten chips geschenkt ich habe auch eine bekommen auf fetter hause ich habe eine xxxxl tüte bekommen und ich habe noch zwei zu hause und in der halbe steht noch die oben dinger das ist mit dem fettigen controller kann am besten gegend werden die 20er nuggets werden sich aber sowas von gesagt am mittwoch nicht sicher dass die letzten beiden da nicht aufwahl hast du mittwoch ich habe gerade jemand auf whatsapp habe ich stehen hier lukas ich habe den sticker geschickt sagt ihr das was denkst du dass die jemals in ihrem leben einmal krank ist guck dir das guck dir das wild an denkst du dass du jemals krank wirst mhm ja morgen ja morgen am dienstag muss mir nichts bringt ne mhm meine übermorgen das wäre ein traum weißt du ich würd's dir gönnen wenn sie morgen krank wär doch doch morgen ja genau ich wünsch dir dann kommt ihr so am mittwoch ja ich war gestern total krank komm mal spiel ich kanal hallo hallo ja ja können wir nach der runde vielleicht zielte sommer spielen wenn ihr beide einverstanden damit seid mhm hä wieso sonst krieg ich ja überhaupt keine kills hä du weißt schon dass äh wenn man den zielte vielleicht der kid kriegt ne ne nicht gegen wenn man so scheiße ist wir können auch öffentlich machen ne ja du hm bist du denn das geilste schrank digger soll ich direkt auf die fressen kommen hä hä der du kannst da easy läuft runter schließen low machen die runden wenn gefühlt innerhalb von einer minute instant wieder restartet dann kannst du wieder auch nochmal viele kids machen die perfekte möglichkeit eigentlich die perfekte möglichkeit eigentlich digger zwei mal rotpunkt und sniper bitte fortnite lass mich nicht wieder ja ich hab nen kill bekommen also ich find mein landing spot auch extrem geil alter wieso was ist denn gar nix doch irgendeine hütte mit einer kiste und einem die iceberg lackierung iceberg lackierung ja die iceberg lackierung digger ich hab schon ein kill ne ich will ja nix sagen hier ich bin aber der beschissenste das kann ich euch sagen digger ich höre da hinten wieder fette onepumps jungen ich krieg so einen oh ich weiß wo einer ist ich ich kann immer noch auswendig ne das ist so dumm triggert euch das nicht wenn die gegen ja hast du gedenken wegen dieser gegner joshine er hat sich dieses slurpfester gegönnt ne ich war ich auswendig weiß wo welcher slurpfass ist ne in diesem ort wusste ich genau wo er ist das ist so irrenlos nein die loft ist gerade nicht weg bitte bitte digger bitte lauf doch nicht weg man bitte hab ich ein kill ja und jetzt kommt natürlich wieder einer entgegen der full life ist digger ich schwöre ich hasse dieses drecksgegen ich bin runtergefallen sonst hätte ich dir geholfen aber ich bin halt runtergefallen gerade auch richtig sorry waren wir die besten spieler sorry leute ich bin so korrekt von ihm dass er mich halt ja eigentlich können wir jetzt schon verlassen die runde digger ja vollkommen packst du ja guck er krieg er krieg er ich will in die wand reinspringen der hielt sich hier gerade ne blue life und hinter mir ja jetzt kommen seine mails glaube ich auch ah das sind seine mails die ich schlau geschossen hab oder klatsch jawoll pass auf pass auf hinter dir hinter dir ich hab ihn aber noch gefinished so hat einer einen kill gemacht ja du hast zwei zwölf punkte und lumi auch ein ja lumi du hast jetzt krasse zwei punkte ich bin witzig also wirklich ich würde euch empfehlen titel sommeres öffentlich da kriegt ihr viel schneller mehr punkte ja ich weiß gucke ok wie viele runden macht ihr also wie viele runden machen wir damit ich weiß bei welcher runde ich gucke wie viele kills ihr habt 10 erstmal wenn wir wieder 30 runden machen 10 ich weiß nicht schafft man das in 40 minuten safe wir machen einfach bis 23 uhr dann muss ich ja eh off gehst du 40 minuten ich hab doch gerade gesagt in 23 jahren 23 schon bin ich auf in drei jahren bist du offline habe ich noch ein schluck spezi ja habe ich hat sich einer das video von heute schon angeguckt das geht aber wirklich überhaupt nicht ne ich hab's ins weg gewicht weil ich mir dachte ich brauche platz für der hobby der platz ist wichtig und das geht also überhaupt nicht das gibt direkt minus fünf punkte weil das weil das sogar gesagt hat das ist alles gegen alle oder ja nachdem ich habe das auch noch nicht angeschaut also hat die fresse den gibt es auch minus von denen das hat 3 jetzt lachst du noch was ab wenn wir mit sind was das ist alle gegen alle oder ja na klar ja gut also ich guck schon mal da auf den ganzen pump guns was ist hoffentlich ist hier kein todesweater drin oder ansonsten hoffentlich ist hier ein todesweater drin wieso ich will auch ich will runden gewinnen hä ja ich bin doch ich bin doch ich bin doch ich bin doch das ist eigentlich gut oder ultra gut oder op sweater fortnite fn sagt du es mir ich weiß es selber nicht na du spielst allein schon super ins game ich hab diesen skin nicht Marco ich hab die schlechteste pump im game ich hab irgend so ne alte bratterpump ich hab jetzt schon einen gebumst digga der war richtig beschissen ich hab scholz und ahi hab ich geholt digga weil er wieder nur bauen konnte junge ich hab ihn one shot geschossen er hat sich aber nur eingebaut nachschwuckel ab an doch komm die bessere pump ja oh mein gott von da ich liebe euch das müssen essen gehen das ich hab noch ein was ein fixer der ich hab zwei richtig beschützene Vollborg wer guckt mir gerade zu ich nicht ok oh mein ja digga echt kommt in meine Box rein digga wahrscheinlich Junge mit so nem verschissenem Bouncing oha digga was macht der da oben der war wieder 20er Nuggets auf Paul der spread mich die ganze Zeit ab ah 3 kills ja ich glaub ich gewinn mein eigenes Turnier wenn das so weitergeht digga was macht der da komm 3 kills äh 4 ja 4 kills 3 ah inhalierst du gerade diese Chipspocken was machst du da es reicht doch mal bitte Lukas wollen wir beide Chips essen naum 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 wollen wir beide Chips essen bleich egal wenn wir tot sind einfach Chips Tüten und im Mikrofon so ganz verarmt und kümeln ihr inhaliert diese scheiße das ist ja ehre oha digga goldene eiergoldene Spaß ja perfekt neb schon kein bock digga der geht ich morne neben einem Surfhackse ne mehr will ich nicht mehr dann ist die Runde auch schon wieder gestrichen ich glaub ich seh die Surfhackse hopp 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 hab einen hab einen nein digga der holt mich nicht ne oh mein god digga du bist am ersten typen zerrecken du gefaltet hast ich lieb's ich glaub das ist ja das sind es ja aber auch für Punks das sind die Kamps deren Socken du inhalierst ja natürlich na komm wunderschöne Pompon die du hast ne ja und das war's jetzt wieder mit den Schüssen frag mich nicht wie frag mich einfach nicht okay willst du nachladen nein ich hab die Surfhackse fast gefickt aber mein Pumpgun name war zu beschissen ich hab dir einen fett 120er reingedrückt jungen also der Surfhackse nicht dir digga warum sag ich dir wieso ist das hier so scheiße wer heilt diese Impulsgranate hinter dir äh ja geil ich wär jetzt eh an Zone verreckt ich wär jetzt eh an Zone verreckt JP wo sind deine Chips eigentlich ach so ich hab einen Kiel bekommen ich hab einen Kiel bekommen ich hab einen Kiel bekommen mhm lecker das muss ich nicht sagen aber ich hab gerade einen Kiel bekommen nur erst weil ich tot war Kiel ist ein Kiel hm bitte bessere Pump bitte bitte ich würd ihm schon schon so ne Ranger Schrufnis zu können mit einem Schuh oder ja ja die Ranger oder oder aufladbare gönn ich die die gönn ich ja auch wenn ach dicke oder so ne Drachenleugin aus Maximus nee die gönn ich ihm nicht die will ich selber haben waa waa welcher Mensch spielt die drachenleugin aus Maximus hallo nix drache dracheleugin aus Maximus wird ja angezeigt dass ich Sachen bauen kann aber ich hatte einfach keine Metz was ist das boah ich hab ne Bumsniper vercrackt den no name Taktiki die ich gerade habe was ist das oh gott ein Surfx ist bei mir ja tölö ja ich find verbargt bitte töd mich nicht digga was ist das und warum bin ich im Team bitte töd mich nicht digga war irgendwas verbargt was ist in keinem Team doch bitte was nein der laufladbare ich muss die ne wie die andere ist doch viel besser was lauerst du was lauerst du was lauerst du zahlfaxer 1hp tanzui 1 aber der heilt sich gerade der ich hab den mit der Bumsniper so so hart ähm one hit gemacht jetzt werde ich von irgendeinem Ohio Typ da hinten die hat er angeschlossen die Skysgar nimm die Skysgar bitte jawoll das ist keine Skysgar ärgerlich im Moment ah warte ich bin ja tot mann scheiß Bouncepad danke digga wann werde ich jetzt wieder von der ganzen Lobby angeschossen alter ja wird ein Flug ich würde ihm so Corona ist so ne ganz gute Krankheit die wollte ich ihm schon irgendwie gönnen man muss auch mal man muss noch mal im Gönnermodus sein ne da gönn ich ihm schon so die fetteste Welle digga die so richtig rein schallert die so richtig rein schallert ich hasse dich und bin mir da mit diesem Typ mit der Katastrophe kombat digga ah ich krieg ne doppelläufige ich hatte es mann bitte was ist das eine Thumbgun da ist in meine Box hier ist in meine Box reingerannt die Survex und hat dann einen fetten 150er von der Falle kassiert und über mir ist ein AFK-Typ JP bei mir ist ein AFK-Typ weißt du wenn ich das richtig gönne? digga Lumi was willst du ich helfe dir gerade ach so du willst das ja sorry Lumi ne ich hab gerade einen AFK-Typen gehabt ne ja ey jetzt hat mir der Typ dich gestealt ah warte das ist mein Mate gewesen ey was für Mates ich kann seine Sachen nie die zwingen guck mal hallo guck digga wir sind in meinem Team du Polly du kannst mich nicht töten ich bin auch genug wenn ich getötet werde ja ich werd ich werd genug wenn ich getötet werde digga ich bin du ja egal wir sind ja trotzdem nur deine Kills also ey digga ich hab dich digga wohin hast du mich geheatet digga aber hier ist jemand was ist das für ein Tilted Zone du hast bitte erklär's mir all weapons digga ich bin genockt junge können wir bitte ein normales spielen das ist das normale das normale ist scheiße er ist halt einfach hier kriegt man ne verkackte doppelläufige das ist die schlechteste vom ever ne ranger schrotflinte ja die gibt's hier auch ich weiß und die würde ich dir gönnen wieso keine Ahnung lecker die spielen hier mit fucking rock das ist mein mate das ist mein teammate schön traurig dieses trocknen das ist mein mate pfff schau dich wow ey dins ne wo du am ende guckst ne das wird auch als mein win gewertet ne hey guck mal da steht wirklich dass ihr in einem team seid digga was ist das ja ich hab drei siegen du hund äh 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 ha dann müssen wir raus gehen wenn das weiterhin so bleibt jetzt in der runde ja gerne 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 und dann auch ein bisschen anderes zählen die Punkte würde ich aber trotzdem hallo ja ja also die punkte von jetzt bekommt ihr aber den einen win zählt halt jetzt nicht sag mal die drei wins die werden mir schön gut geschrieben haben ja aber du hast den einen doch gerade gar nicht gemacht und den davor glaube ich auch nicht und den davor glaube ich auch nicht mhm ne aber beim mate ja das interessiert mich aber nicht er hat zwar pech gehabt wie viele kills habt ihr denn ich hab 6 ich meine ich hab 60.000 ne guck doch oben neben der karte ja dann könnt ihr rausgehen dann gilt du hast jetzt 6 punkte und du kriegst 4 warte 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 ich hab ausnahmsweise ne normale pump ja ich bin schon rausgegangen dann schicke ich gleich ein screenshot von meinen neuen kids ist mir egal ich bin nicht in der runde also zählt auch nicht ich hab einen kill mit der ranger shortfinte bekommen kommt ihr raus ja weil diese pump nicht bei dieser er nicht spät ich hatte der schatte diese einzel ich habe das infanterie gewährt und deswegen habe ich den kill nicht bekommen aber ich habe ja sieben köpfe ich hab noch einen geholt gehen mit der ranger schutzeln schöne 180ern seine fresse hier ist dein normales twilted wixwurst danke was ich jetzt wieder zum anderen machen werde was nix wer kann am besten wixen im tt wixwurst das ist nix nix da nix nix ich bin zu fett, mein Arm kann nicht mehr Alter, mein Arm ist jetzt schon kaputt Mann, mein rechter Arm ist jetzt wegen dir kaputt Trangieren Halt die Schnee ist 20er Nagels Ganz einfach Joschi, die Schnee muss wickeln Lumi Ey, Lumi Mann, der Link ist zu lang Youtube fickt dich Was soll'n das? Ohhhh Ist das hier Lumi Ja, Lumi, geh mal auf den Link, Digger Was sag' ich zu deinem Gamer trainieren Das ist ein Knicken, Digger Also, was ist das denn für ein Link, Junge Das zieht dir deine Bankdaten Natürlich mit den Bankdaten Natürlich mit den Bankdaten Egal, als ich diese Chips inhaltet hab Digger hab ich ja die ganze Coaching Auf meinem PC angegebenen Bankdaten, oder was? Ich glaub' zu finden, Junge Ja, aber geh mal auf den Link drauf Junge, wenn ich auf diesen Link draufklicke, Junge Dann trillerst du mir hier gleich meine IP-Adresse auf, Junge Das kannst du knicken Schade Ich wollte dich ja nur abziehen Ich hab' wieder 10 HP, Digger Das könnte ich mir so set Am Anfang des Spiels schon wieder 10 HP vorhaben Oh ne, der ist gut Die Lü Ah, der Sprayt only Ah, er und meine Pump ist leer Ah, das hat sich gereimt Hiiii Der Sprayt und meine Pump ist leer Hihi, haha Da musst du schon schmunzeln, wenn ich ehrlich bin Man, hier ist ja gar nichts mehr zum Abziehen Und es gibt auch irgendwie kein CPN in dieser Lobby Ja, ne Alle, die ich jetzt gesehen hab' Die haben mich dann wieder angeschossen Oder ich hab' sie nicht gesehen Und sie haben mich gelegt Man! Ich kann mich grad fast in Fullbox, Digger Können wir bitte verlassen Ne, die Lobby ist scheiße, Digger Der Typ wollte mich grad in Fullboxen Man, jetzt hat der noch einen Spaß Und ich hab' ihn trotzdem gebumst Ich werde von 200 Leuten aus dieser Scheiß Lobby angeschossen Eigentlich waren von 2, aber ich Einmal ich und so ein CPN, der übelste Ehrenmann ist Ja, ne, okay, so wie Leute Ich hab' ihn überhaupt existiert Mal wieder Tut mir echt's wieder leid dir aufstehen, ne Dass ich existiert habe Sag mal, du stehst nett genau in der Mitte Das gibt's nett von allem Mann, wann kann der wieder bauen? Lässt du so'n fetten Headshot geben, ne? Ich muss warten bis er keine Match mehr hat Problem gelöst Ja, wird nur ein bisschen dauern Die verschwenden mich gerne, ihre Match Go Bugs! Go Bugs! Ich sag' bei der Welt gleich keine Match mehr, ne? Ja, diese Eltern Ich hab' ihn in der Box und jemanden mit dem anderen mit dem Spielbox Ich hab' ich gedacht, der Letzter gewesen oder was? Go Bugs! Schade Er war ein tiefer FIFA Jaaaa Jaaaa Einfach der Sweater, Digga Sollte mir die Vivac schon selber schenken Ey Wann ist seine Chipspackung endlich leer? Da ist noch die Hälfte drin, Digga Und der hat noch drei oder vier Stück Ey Ich hab' noch ne halbe, keine Sorge Ja, ich liebe deine Oma Also ich hab' noch... Insgesamt hab' ich jetzt noch eine ganze Sozusagen Die ganz gesunde Omi Hab' einen! Oh mein Gott Das ist ungesund! Fick dich! Xeno, Digga, ich mach Rickroll Ich gönne ihm aber alle Krankheiten auf dieser Erde Jaaaa So AIDS sechsten Grades würde ich ihm schon gönnen, alter Ich konnte schon wieder direkt am Anfang der Runde gegen den, der mich fullbox hat letzte Runde kämpfen Finde ich ja wieder geil Nomi, kleine Show, jetzt wird hier rein Na, wird denn jetzt, alter Jui Finish Jetzt hast du ne vernünftige Pumpgun, jetzt kannst du dich nicht beschweren Ja, stimmt Du bist schon smart, dass du die Pumpgun droppst, anstatt dieser scheiß Uzi Jetzt gefühlt hätte er deine Wall bekommen und wir zum fetten 200er kassiert Ja, schön den 90s hochbauen und den edit, oi Und Fullbox Fullbox, was? Alter, wo? Achso, wo? Achso, unter mir, Digga Full Clip! Full... Full Peace, Full Clip! Da ist ja noch einer Deine Mord... Such dir alle unter mir, alter Schweinefleisch Bauchspeicheldrüse Ah, über dir Heizdarorenarzt Heizdarorenarzt Grünkohl Schienarzt Kleister Heizdarorenarzt Hosenträger Nuttensohn Liga, Liga, ich hab... Wenn dieser Ronne jetzt genug geht's geholt Oh, Lumi Ja? Was hältst du vor dem Arsch mehr? Maul, Junge Best AMR Hm Konntest dich gut konzentrieren Wegen dem... Während dem Arsch mehr, ne? Ja, natürlich Oh, Stummdreher Mitten in der... In dem Hauptgebäude Lumi, würd mir stinken, wenn ich du wär Du warst das, du Ehrenosa Wie kommst du denn da raus? Ich hab mich in die Box von deinem Nosekin reingeschlichen, ne? Der Typ ist einfach... Ich hab... Nönerpink Ne, ich hab 10erpink Fuck War ich da im Stream zu schauen, kacke Lass mich da jetzt stream beenden Nönerpink Nönerpink Double Piece Heute leider kein GTA Digga, er überlegt gerade, wie in deine Box reinkomm... Ah, fuck Dann ist ihm eingefallen, ich kann die Wand ja auch meditieren Ja, du Mie Ja, du Mie Digga, ich stumm dich gleich wirklich, irgendwann reicht's auch mal Digga, du bist noch verfressener als ich, Digga Was? Ich dachte nicht, dass es möglich ist, aber es gibt so stolz, die anscheinend noch verfressener sind als ich Ja, digga, CGP ist noch verfressener als ich, Digga der ist jeden Tag 3 Döner gefüllt, Digga Nee, ich hab schon jeden Tag nix zu verfolgen Frühstücken, Mittag, Essen, Abendessen, Digga Wie kann das sein, Junge? Ja, Digga, der Typ inhaliert Fortnite abends, Junge. Was geht mit dem ab? Der hat richtig Spaß. Das sieht man. Denkst du, er hat diese Inhalier... Er hat so seinen Controller in der Hand. Nein! Kennt diese Dinger, wenn man so als Kind so hustet, wo man so inhalieren konnte, Digga? Das hat er und der Digga Fortnite rein, Digga. Ja, er hat als Kind ein Zäpfchen... Ein Fortnite-Zäpfchen im Hintern. Ich glaub, der Typ ist besoffen. Das machst du in deiner Freizeit Fortnite. Können wir nicht lieber nochmal ne Runde in die Lobby switchen? Egal, Killscheiden wir genug machen, nur halt den Winnie. Außer, der wird nur instant weggesprayt und das hoffe ich von Herzen. Ey, lass mal einfach zu dritt auf den gehen. Oh, Diegel! Jeil! Ja, Digga, ich hab Revolver bekommen, Digga, ich hab Diegel fake einfach. Mann, du dumme Nutte! Deepak live, fick deine Mutter und verreg an Corona! Ja, er hat dich auch gebumst! Ah, ne, pure Psy-Show hat dich gebumst. Nein, das war jemand anderes. Hinter mir im Haus hat eine gecampt, Digga, die hat dich gesprayt. Man kann nicht mal Lumi in Ruhe töten, Alter! Schnauze! Zweimal verrecks, Mann, K, war der Hund! Ja, und er kriegt die größte... Der Hund ist so frei! Bist du mich verarschen? Ich bin in den Rift rein, aber bin gleichzeitig gestorben, dann hatte ich weiße Flashcranet für 30 Sekunden in meiner Fresse, Digga. Finde ich wieder geil. Oh, dass du Leute kehren kannst, Junge. Bei dir steht einfach ein H-K auf der Straße, Junge. Junge, Jeppe gibt sein Navi auf, äh, Junge, er gibt in sein Navi ein Finde-Numi, Digga. Jede Runde steht auf einmal vor mir, hier. Wirklich so schlecht, Junge. Ich werde Insta mit SMG weggesprayet, Digga, er gammelt auf einmal jetzt schon zu NOSkin mitten auf der Straße, du weißt was nicht. Oh, ich schiebe mich mal kurz, bitte schiebe mich mal nicht ab. Digga, ich liebe meine alten TikToks, ne? Ich finde die so geil. Pound alle rein, wir spielen heute Random Squad, Digga. Das ist ein Jahr jetzt her. Chapter 3, Season 1. Alter, von dem wird jetzt gleich so fett sterben. So lange ist es nicht mehr. Full Box, Full Keys, Full Monkeys, Doppel Full Box und 416. Nieder! 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 Wenn du auf Freundinnen gehst bei mir, ne? Bei TikTok, ne? Da kommen einfach nur so Videos von dir mit, oh je min je. DJP, da kommen nur deine ganz alten, oh je min je mit diesem, what the dog, du. Ja, die meine ich. Gehst du wieder einmal im Arsch kleben jetzt gleich? Ja, klebt! Fick dich! Ich lebe noch, 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 ich lebe noch. Schwanz hätte die Granaten reingeschmissen. Wieso an Granaten verreckt oder was? Nein, aber fast. Warte, lauf nochmal runter, JP, lauf nochmal runter, runter war gut. Unten! Ja... Jetzt ist das. Na! Wir gehen doch pushen, Digga, er ist so für die. Hops, Drops. Schickern wir mit dem Geradenwürf, Digga. Na, 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 na. Ja, Digga. Der wird damit wie Basketball, Digga. Er ist Lebron. Digga, wie fett dein Mini bei mir ist, Digga. Der ist nicht mein Mini, Digga. Digga, Chak-Chak hast du gerade in der Hand. Oh, da ist einer der zwei Setter. Können wir nach der Runde bitte verlassen, Digga, ich hab kein Bock mehr. Digga, ich will droppen und sogar hier oben ist noch... Einer. Digga, er baut sich noch mehr... Was? Digga, der ist... Das ist doch schlecht, oder? Digga, das war der, der drei Wins hat, ne? In der vierten Runde sind wir. Ne, ich glaub, der hat alle vier sogar, oder? Einer ist der Yo, Leute. Digga, das ist No Skin. Das ist der Yo, Leute. Ganz kurz und, äh, so Unterbrechung, Lukas. Mhm? In der nächsten Season so eine mythische Drumgun reinkommen, also die mythische Pumpgun, da, die so richtig schnell schießt in mythisch. Geil, ich hab keine myths mehr, Digga. Also, dann wird die Season jetzt schon ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Ich glaub, da sollten nochmal, äh, ein Dirtypass aufgeladen werden, ne? Ja, wohin will er, Digga? Oh, wie? Haben Sie gesehen, was denn Oluskin gemacht hat, Digga? Ja, hab ich. Verlassen? Ja, lass verlassen. Ich hab drei Kills. Ach, hab die Kills gemacht. Drei. Ich hab, warte, äh, vier. Ich hab drei. Ich hab drei. GP, wie viele Punkte hab ich? 21. Wie viele? Wie vieler? 10 hat Lumi. Lumi ist jetzt Vierter und du bist jetzt Dritter. Ja, aber morgen gibt's ja doppelte Punkte, morgen könnt ihr richtig Verplus machen. Wie, morgen gibt's doppelte? Ja, morgen Doppelpunkt-Stream. Ui. Und dann den Tag danach gibt's fünffach Punkte. Noch. Yeah. Dann gibt's 25 Punkte für den Win und fünf Punkte für den Kills. Für den Kills. Für die Kills. Da kann man dann nochmal ordentlich Punkte machen. So, was spielen wir jetzt? Ähm. Wir haben noch 14 Minuten. Ja, lass noch eine Runde Battle Royale spielen, aber ohne Lumi kick den am besten diesen Hut. Ja. 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 Ja, da muss er rauskommen noch. Ja, er kommt. Er kommt. Er kommt. Bad Beningung. Aber, ich hab Gott mitbarn. Und was hast du? Ich hab mitbarn eigentlich gehört. Nee. Ich hab mitbarn eigentlich gehört. Du hast eigentlich gehört, dass du mal die Fresse halten solltest. Sagt derjenige, der Chips friss. Lauter als die bestimmten ASMR-Leute auf TikTok. Das wird mir so ein Mumpen mehr. Unbario ist immer noch. Ja. Geht man doch. Nein. Nein. Comin. Mit Tui neu erleben. Ne-ne-ne-ne. Nebenquest. Geht man doch. Es ist doch alles ein Dank. Alles aus einer Hand. vài. Ich habe das Gefühl, wie... Wie sagte man wenn man wenn ein Gestalt verloren hat, das ist ja das. Dann hab ich so ein Gefühl wie... Der Dreisatz, je mehr ich arbeite, je weniger Zeit habe ich, je weniger Zeit habe ich Bier zu trinken. Völlig verblödet, da fange ich direkt mit Bier trinken an. Naja, da seid ihr auf die Weisheit nur an. Naja, doch bin ich Radler, gleich trinke ich Radler. Früher war ich schlank, heute werde ich bereit. Digga, hä? Checkst du nicht. JP, bist du noch da? Woher bist du despawned? Mein Mann ist bereit. Naja, noch bin ich Radler, gleich trinke ich Radler. Früher war ich schlank, heute werde ich bereit. Ganz genau. Ist dieser JP noch anwesend eigentlich? Ne, ich denke nicht. Er ist despawned. Ja. Digga, ich habe 20 HP. Äh, wie kommt's? Ich habe gerade fett Fallschaden bekommen, Digga. Wieso? Digga, weil ich da runtergesprungen bin, Digga, ohne nachzudenken. Ja, schlecht und denk nach. Ne. Also ich habe nachgedacht, ich bin da runtergeleitet, wollte klettern, Digga, aber da bin ich einfach, wollte ich doch nicht klettern, dann bin ich weiter nach hinten, weil ich dachte ich schaffe, dann habe ich es nicht geschafft, weder zu klettern noch zu überleben. Digga, JP hat alle Kills bekommen, ne, dieser Hund, dieser Schweine-Nacken-Sandwich-Berkäufer, Digga. Digga, nicht mal aus dieser Schwanzkisse kommt nicht mal dieser Hurensohn raus, Digga. Ich öffne diese Kills für dieses 3D-Manöver, Digga, da kommt nicht mal das 3D-Manöver rauf, Digga, da kommt nur dieser schwule Speer raus, Junge. Gönn dir doch, bombardier Häuser damit. Ja, und was bringt mir dann? Keine Ahnung. Gut. Oder so. Ich würde dich nach vorne mitlebt mit dir. Gibt dir irgendwas. Ja, gibt mir eh nur Scheiße. Das Spiel ist ja auch scheiße, so. Gönn meine Pumpgun, gönn meine Pumpgun, gönn meine, bitte. Oder den Kill, jawoll. Natürlich bekommst du den Kill. Ja, weil ich ihm auch 150 Damage gemacht hab. Ja, ich wollte ihn dir halt trotzdem stehlen, so. Ja, ich... Scheiß egal, wie viel Damage genug gemacht hast. Ja, ich will das auf ganz hin abgeschossen dahinten. auf lockt auf ziegenbock auch schätze kreuz ich würde mir sehr freuen wenn fortnite mir ausgangsweise eine pump gp gönn mal kill digga ich hab einen kill gb gönn mir wenigstens einen kill die weh kannst du eigentlich schon noch reden oder ich liebe es vier häuser durchsuchte gar nicht eine verfügte pump junge und wie bist du dann verreckt